hey internet und youtube back in business und jetzt geht's ruck zack zack zuck ruck gleich zum nächsten schalter der wird betätigt dass wenn es kein morgen geben würde wir bleiben hier genau umstehen weil moment perfekt ich werde trinken super echt spaßig ok ok ich bin wieder hier war das was war das gut war das sinnvoll ich bin mir nicht ganz sicher ok hier entlang es wird schon alles einen sinner geben alles wird gut lavatissimo wunderbar ja wunderbar das sieht total easy aus endlich mal was leichtes lava ganz neu blablabla blablabla gut geht für the bit of jumping 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 mein liebstes tue ich sehr gerne jumping ok das sieht total super ok ich werde 40.000 mal sterben ok als erstes das hier auf überhaupt kein problem wir lassen das jetzt einfach mal so stehen kurz und beleben uns wieder ist überhaupt kein problem damit habe ich gerechnet deswegen gehe ich jetzt hier durch hier ist noch mal was drin ok also nicht mehr nicht mehr noch wieder was drin nicht wieder was drin war hat er denn die blöde idee wie soll ich denn zu dem schalter muss ich hin oh man ok so haha ok oh mein oh mein hat sie vorsicht vorsicht ok wunderbar wunderbar niemand hat damit gerechnet dass ich so weit komme ich auch nicht diesen schalter hier sind ja halleluja das der sieht mir etwas weit weg aus mächtig ich glaube nicht dass ich von dem schaffe oder soll ich mir hier was anderes basteln kann ich diese eichenholz bretter vielleicht verwenden wie soll ich denn okay es gibt nur einen weg okay ich muss hier rüber ich sehe allerdings nicht fehlen haha i don't care und schieten nicht ich flippe aus hier könnte ich da nicht einfach den weg drüber bauen mit den dingen und alles ist gut ich meine problem gelöst oder nicht vielleicht okay es brennt es brennt es brennt jetzt habe ich nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott okay dass dieses level wird mir nerven kosten halleluja wahnsinn wow ok hier brennt es so weit so gut ich weiß nicht wie ich ohne dem dorthin kann ich kann es nicht direkt in die lava stellen hier bringt es mir aber auch nichts außer ich gebe es ein bisschen höher vielleicht das wird alles weg brutzeln noch eins daneben hin vielleicht aber ich habe nur noch sieben stück ich weiß ob das alles richtig ist mit anlauf nicht ganz so easy ok ok schoppen wir sie rüber um ganz sicher zu gehen okay was hat der schalter bewirkt was hat er bewirkt entschuldigung kam das hier das hier kam oder der ganze weg zurück ist kein problem überhaupt kein thema so weit ich will das nicht alles noch mal machen ich muss mich ein bisschen anlauf nehmen konzentration konzentration ha 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 alles gut stellen wir hier auf perfekt ich hab nur noch einen block das ist nicht gut das ist nicht gut ehrlich nicht anlauf ok so weit so gut hier rauf perfekt perfekt hier rauf vorsicht ok konzentration ich brauche nur konzentration ich brauche keine schwitzerigen finger und gar nichts mir geht es wunderbar ich muss zu dem schalter da drüben hin oh oh mein god wartet ich will nope nicht unbedingt oh mein god könnte mir irgendjemand sagen wie zum henker ok gott niemand sagt mir das wunderbar schaffe ich den sprung normal hier rüber schaffe ich will nicht gott im himmel da bin ich rum haha ok das war knapp ok so weit so gut ok oh ha ja großartig und jetzt das hat mir gar nichts gebracht okay ist überhaupt kein problem hier rüber da gibt doch überhaupt kein wie ich sehe keine menschenmöglichkeit hier rüber zu kommen vielleicht mit einem boot kann ich mit dem boot auf eine laber ich habe einen knochen ich habe einen stock mit einem stock kann ich nichts machen wie soll ich ich schaffte den sprung wird nicht funktionieren never ever das kannst du dir abschminken excellent halleluja homing okay konzentration konzentration okay soweit so gut soweit so gut ich bin absoluter profi ich mache mir nur ins höschen okay soweit so gut jetzt komme ich an der ok ok alles oh mein gott ich will das nicht noch mal ich werde es noch zehn mal machen müssen ja haha okay zack 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 ja wenn ich hier rüber springe ich komme ich nicht dann hier über die labe drüber normaler sprung ich bin hier oben ach das ist ein speicher jetzt verstehe ich selbst okay alles klar halleluja ich versuche den laber zu schwimmen sehr witzig okay okay easy easy okay easy 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 verdammt noch mal du hier rüber oder jetzt gibt mir den schalter einfach locker flocke hier unten hin was ist das satan zeichen kann sich wieder zurück mir zurück hat keinen sinn hier rauf tipps einfach mal hier rauf ganz fröhlich und warum kam das aber runter hier rüber halleluja perfekt 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 warum kam das hier runter das beurte ich mich trotzdem noch immens das bedeutet muss den gleichen weg hier noch mal runter dann kann ich vielleicht auf das springen überhaupt keinen sehen und jetzt stehe hier sehr witzig ja und hier komme ich dann gar nicht mehr vorbei ok super aber hier muss ich nicht unter das ist nicht beruhigen aber hey ich stoße hier dagegen also ich muss hier rüber ok perfekt jetzt ja sehr witzig das ist unmöglich das ist unmöglich halleluja oh hier ist ein speicher speicher point speicher point nein lass mich hier durch lass mich hier durch ist mir bewusst schalter betätigen auspassen laber auspassen sterbe ich ich überlebe ich überlebe ich überlebe ich überlebe ich überlebe nicht ok thank god for speicher point ok definitiv easy peasy verrückt verrückt aha ja komm her 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 oh god der andere schalte da drüben ich sehe schon er so weit entfernt ok ok easy jetzt easy boah jesus christ komm die leiter ne aber schön dass sie da ist ok perfekt perfekt dann zum nächsten schalter yes total easy oh mein gott ich hab lasst mich das bitte schaffen bitte 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 ich spring hier einfach rüber ich spring hier einfach rüber aber wozu ist die leiter denn da hier kam ich doch her ok vielleicht ist es einfach vielleicht schaffe ich es nicht ausflippen ok warte jetzt ist das ding schon hier oder kein problem mir ist nichts passiert ähm hier oh mein gott das ist doch unmöglich das ist perfekt perfekt halleluja halleluja gib mir den schalter gib mir den schalter ok das ist total easy jetzt ich möchte einfach nur meine ruhe haben und mit meinen schätzen gut ich habe keine schätze ich will doch ohne schätze nach hause gehen und allen wovon berichten dass ich nichts gefunden habe ha 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 vorsicht ich hasse dieses level und ich hasse adventure maps und minecraft und aufnehmen und computer und alles um es kurz zu sagen alles perfekt ey komm ey komm das ist doch ein witz das ist doch ein witz das ist doch unmöglich ich hasse dieses level ich kann euch gar nicht sagen wie sehr ich dieses ich brauche f5 ok gott 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 jetzt nur konzentriert nur ein bisschen konzentriert so ein bisschen ok so weit so gut ok ok ich schaff das ich schaff das ich schaff das ich schaff das aber das muss immer mit anlauf sein nein ich hab nicht gekriegt fuck ah oh 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 Komm schon Okay 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 Total leicht Vorsicht Okay Ich muss mich echt konzentrieren Okay Sonst flippe ich aus Das Spiel kostet mich Der hat mal ne Ende Nach dem Spiel hab ich keine mehr Okay Bam Bam Wie geschmeidig das schon geht Okay 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 Halleluja 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 Lobe den Herrn Preise den Herrn Gib mir Safe Okay Wann ist dieses Wann ist dieses Super Level eigentlich vorbei Weil Warte Ich wurde beschossen Ist das jetzt ein Witz Das kann ich jetzt Das ist doch ein Witz Sobald ich hier rauf springe Kommt ein Pfeil der mich runterschießt Ich muss das in einer Tour Okay Super Gut Hat sich was mit einer Tour Okay Okay Was Was Dann Jump 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 No Oh Gott Nein 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 Ich würde es machen Ich würde mich persönlich bedanken Für all die Seelischen Grausamkeiten Die mir hier zuteil werden okay 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 so weit so gut heißt jetzt hier rüber und dann zack 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 und nix und tot okay zack zack und tot aber muss den schwung vom pfeil mitnehmen bist du verrückt okay ich bin ausgeflippt okay wir haben es ich glaube ich hatte noch nie so viele katz wie hier okay was ist denn jetzt was was ist denn hier click click jetzt gibt gas mein freund gibt gas weg von der helle warum brenn ich wow 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 oh mein gott das ist entspannend das bin ich gut ist das jetzt ein witz okay ausgestiegen mit brennt hier rüber durch den speicherpunkt wie auch immer aber ich bin hier das sind wunderschöne romantische wasserfälle bis auf die kleinigkeit dass es keine wasserfälle sondern labafälle sind sonst ist alles gut war klar weiß es war klar der erste weg der weiß um sonst wie immer wie immer okay hier das ist der richtige weg alles klar wollte das euch nur zeigen damit ihr gleich wisst wo ihr hingehen müsst ha 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 hallelujah ha jesus christ Okay, wann ist dieses Lava-Level natürlich beendet? Ehrlich, ich möchte es nie mehr sehen. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Und wie wäre es mit der Belohnung? Abgesehen davon. Okay. Das war auch super. Okay. Ist etwas Neues drin, eine Überraschung? Nein. Okay, wo war ich jetzt? Hier sind die... Okay, rot ist Lava, hier war ich. Was war hier? Ich weiß es nicht. Hier ist das Wasser-Ding. Waren hier die Zombies? Ich glaube, hier waren die Zombies. Ja, hier sind die Zombies. Was fehlt noch? Das da drüben, oder? Nein. Hier, das hier. Was ist das? Ich glaube, das ist ganz easy. Das ist total leicht jetzt. Ruckzuck geht es. Auf jeden Fall ist hier ein Schatz. Perfekt. Genau wie ich mir das vorstelle. Mit einem Buch zum Lesen. Okay. Perfekt. Es sieht nicht gesund aus, aber... Okay, hier runterklettern. Nee, hier geht es nicht. Aber es muss hier gehen. Ich sehe mir vielleicht gar nicht trotzdem runterklettern. No, no, no. Doch, 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 doch. Alles funktioniert. Alles wird gut. Ich bin der beste Spieler. Okay, perfekt. Suchen wir uns jetzt den Weg. Die andere Seite. Komm. Mit dem Schwert in der Hand, weil so sieht das nämlich viel besser aus. Okay, dann hier rüber. Easy, 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 easy. I believe I can fly. Okay, hier wäre auch ein... Ach nee, zuerst hier. Ich muss den Weg gehen. Zu groß. Wunderbar. Das erste war noch ein Test, wie weit es runter geht. Wollte ich euch nur zeigen. Okay, seht ihr? Elegant wie ein Vogel. Elegant wie ein Vogel, exakt. Schwerelos wie ein Pfau. Okay. Ich sehe da nichts für das Problem. Schaffe ich einen Sprung von hier weg oder von da weg? Oh, Jesus. Christ. Elegant, Baby. Zeig, was du drauf hast. Zeig es uns. Alright. Yeah, du bist der Mann. You are the man. Wenn man flüstert, ist das viel einfacher. Okay, ist es zu. Das macht nichts, was hier drin. Oh, Pfeil. Pfeile ohne Boden. Oh, nein. Hier ist ein Boden. Keeping mir schön in die Hand, mein Freund. Not yourself. I seems the wall is weak to the left of the temple. I want I could break it with an arrow. Oh, on the left. Left, 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 what? What? On the left. Das kann ja nur das da drüben sein, oder? I think. Ja, wunderbar. Okay, das ist mein Anziel, Visierpunkt. Perfekt, perfekt. Oh, no. Oh. Oh, yes. Oh, yes, it is. Okay. Hier schaffe ich es noch rüber. Und zwar... Hallo? Oh, Mann. Jetzt habe ich mich selber ver... Ich komme hier nirgends rauf. Ich muss mich töten. Ah, exzellente Arbeit. Okay, habe ich den Bogen? Und das ist auch rauf. Okay. Und go. Okay, wir wollen es mal nicht übertreiben, würde ich sagen, oder? Okay, bis daher geht's. Bis daher, alles. Okay, wunderbar. Gib mir jetzt einen Speicher. Gib mir eine Spe... Das war noch einer, oder? Okay, das ist Pfeil und Bogen hier. Perfekt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Irgendwas hat hier... Was war das? Ah, hier. Ein Durchgang. Soll ich so weit laufen? Oh, hier ist... Ups. Ah, das war gut. Das war sogar richtig. Richtig. Ob er wirklich richtig steht, seid ihr? Wenn die Lava euch verbrennt. Nee. Eben nicht. Verbrennt. Perfektissimo. No! Wieso? Warum? Weshalb? Wieso? In der Reihenfolge. No! Okay. Perfekt. Okay, lasst mich hier her. Hier gibt's keinen Schalter. Ich muss hier... Das muss doch so funktionieren. Na also. Mal nur ein kleiner Foupon. Meinerseits. Das ist italienisch für... Das Schnitzel-Paguette. Was, Domenka? Wieso bin ich jetzt hier? Ist gut. Ah, nee. Hier ist... Concentration. Feuer. Okay, das war jetzt eindeutig zu hoch. Ich flippe aus! Wo ist mein Punkt? Perfekt. Achso. Quatsch, was mach ich? Ich seh schon alles hier. Bin schon ganz durcheinander. All right. Weiter geht's demnächst Part. Denn jetzt muss ich, äh, ein kaltes Bad nehmen. Und mich etwas abkühlen von der Folge. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und tschüss! Und tschüss!